ja hallo liebe simson freunde moin hallo moin ja heute geht es um das 4000 abospezial also ihr seid wirklich wahnsinnig wenn man bedenkt dass wir erst am 4.9. angefangen haben unsere videos hochzuladen marco ist noch gar nicht so lange her als ob es gestern war genau und jetzt schon 4000 abonnenten also wirklich wahnsinn wir hoffen natürlich dass es ganz schnell 40.000 werden aber alles gut also wir sind total begeistert und freuen uns natürlich auch und ja alex was machen wir zu 4000 abonnenten ja wie beim letzten abospecial würde ich sagen eine kleine verlosung das ist eine gute idee und zwar also wir werden keine s51 verlosen weil wir werden nicht gesponsert und müssen alles aus eigener tasche bezahlen also bei uns fällt es ein bisschen kleiner aus diesmal tut uns leid aber was haben wir alex zeig mal den gandini kolben ein gandini kolben genau ja die kolben die wurden ja teilweise auch verbaut beim sperr bei ms 50 kann man aber auch ganz toll bei der s51 einbauen oder bei der schwäbe kr 51 2 ist ein einring kolben gandini kommt aus italien super qualität wie wir finden und ja da haben wir uns gedacht den wollen wir mal verlosen wie machen wir das alex ich würde mal sagen diesmal über die über so eine random common picker nennt sich das auf deutsch wie viel das zufallsgenerator der halt mit den youtube kommentaren arbeitet genau wo ihr dann bitte alle nur einmal kommentiert ja ganz wichtig werdet ihr rausgefiltert direkt richtig also erstmal der common picker würde euch sowieso rausfiltern und es kann auch sein dass ihr dann komplett rausfliegt und ja das soll ja jeder die chance kriegen also bitte nur einen kommentar unter diesem video und wir würden dann unter den kommentaren dann über dieses tool genau den kolben verlosen gibt es dann noch mal ein video zu genau welche größe hatte der ist ja 0 maß 37 96 37 96 deswegen weil die gandini kolben immer mit vierhundertstel eingeschliffen worden und die originalen mego kolben hatten ja 37 97 also nur 300 aber wirklich ein super kolben kann man nicht nicht meckern ja dann freuen wir uns und weitermachen alle ne bis dann